Hallöchen meine Lieben und Willkommen hier zu Let's Play Diablo 3 Folge 0. Also, hier fängt der Let's Play leider noch nicht an. Es ist nur eine Ankündigung, dass hier auf diesem Channel werde ich so einen Tag nach dem Rauskommen von Diablo 3 werde ich Diablo 3 Let's Playen. Ähm, ja, ich werde es so Let's Playen so schnell wie möglich, um, ja, damit ihr nicht woanders hingeht, um Diablo 3 zu gucken. Ja, ähm, dies ist jetzt, ähm, hab ich hier so ein paar Bilder von Diablo 3, damit ihr sehen könnt, wovon ich spreche, weil es gibt ja vielleicht Leute, die wissen nicht, was Diablo 3 ist. Ja, ähm, das ist ja nur zu sagen so, dass ich hier Diablo 3 Let's Playen werde. Das ist die Folge 0. Und, wie ihr bestimmt schon im Titel sehen konntet, und das Einzige, was hier jetzt kommen wird, ist, hier bei diesem Titlescreen werdet ihr verschiedene, äh, Nautsch, halt diese Bilder, Dings, die es da auf YouTube finden, von, mit allen Folgen, halt, ich versuche alle Folgen drauf zu klatschen, hier auf dieses eine Bild hier. Und dann werden hier immer mehr diese Nautschens-Dinger kommen, und dann könnt ihr von hier aus einfach auf eine Folge klicken, um dies dann halt, ja, zu kriegen. Dann kommt ihr direkt zu der Folge, und, ja, das hier ist so eine Art Submary von allen Folgen, die ich machen werde. Ja, wir gucken mal, wie das, ähm, ja, werden wird, und wir sehen uns dann in dem nächsten, nee, nee, nächsten Let's Play, nämlich in Let's Play Diablo 3. Danke, danke für's Einschalten, und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Danke, danke für's Einschalten, und ich hoffe, ihr freut euch.